Mein Name ist Jan Jemmetz. Ich bin zwischendurch 61 Jahre alt geboren. Mein Beruf ist eigentlich Musikproduzent, Toningenieur, Musiker. Alles was halt mit diesem Medium was zu tun hat. Habe ich in meinem Leben gemacht. Ich habe mit vielen deutschen und internationalen Musikern, Stars gearbeitet und jetzt in letzter Zeit möchte ich mich immer mehr aus dem Musikbegnis zurückziehen, weil nach zwei Herzinfarkten habe ich eigentlich nicht mehr so viel Power wie halt früher, um so eine aufwändige Produktionen durchzustehen. Und deswegen habe ich mich im Internet besser umgeschaut, um halt an die Verdichtmöglichkeiten umgeschaut. Im Frühjahr bin ich auf das Angebot von Harko Häusler mit seiner Business Masterbox gekommen. Und das ganze System hat mich im Prinzip sofort fasziniert. Warum? Weil es eigentlich im kompletten Paket alles bietet, was man heute für ein modernes Internet Marketing braucht. Es hat eine zentrale Steuereinheit, die Ampat, wo man alles verwaltet. Dann halt die ganze Einbindung zu Wordpress, zum Drupal, zum ClipTip, Autoresponder und so weiter und so fort. Ich denke, um dieses ganze Paket zusammen zu schnüren und damit umzugehen können und alles praktische zusammen zu packen, die Produkte herzustellen oder sowas. Ich denke, da werde ich bestimmt ein halbes bis drei vierter Jahre brauchen. Und weiß ich nicht, ob ich zu so einem Endergebnis kommen werde, wie ich hier in den Business Masterbox eingebunden bekam. Das war einer der Gründe. Ein zweites Grund war, dass ich mit der Business Masterbox ein Werkzeug gekauft habe, was mir erlaubt, meine eigenen Produkte über diese zu vermarkten. Das heißt, wir stellen zwischendurch neue Lernmusikvideos und so weiter her, die wir dann durch die Business Masterbox verkaufen und promoten werden. Drittes Punkt war für mich, nach der jahrelangen stressigen Arbeit im Studio mit Musikern, mit allem drum und dran, habe ich mich natürlich in mein Leben dann zweieinhalb Herzigfahrt eingehandelt. Und mit zwei Stems bin ich eigentlich, sagen wir, mit dieser Geschichte ganz gut versorgt. So, durch die Stunde alleine Sitzerei im Studio, hinter Computer, hinter Mischpulten und so weiter und so fort, hat sich natürlich einiges an Fettposterchen bei mir eingefressen. Und ich wurde immer unbeweglicher, immer unzufriedener. So, jetzt habe ich im Frühjahr dann beschlossen, das hier alles zu ändern und habe ich angefangen mit Fitness. Und natürlich kam mir zugute, dass ich mir die Fitnessgeschichte mit Bauch, Beine, Pro Power, die bei Heiko ausgesucht habe. Wo super Tipps sind, das sind ja nicht nur für die Frauen, man kann das selber auch als Mann sehr gut alles umsetzen, was halt in den Videos, in den Tipps, alles gesagt oder gezeigt wird. Ergebnis davon ist, dass ich nach drei Monaten im Fitnessstudio plus ungefähr eineinhalb Monate mit den praktischen Infos von Bauch, Beine, Pro Power, habe ich ungefähr 6,5 Kilo abgenommen, was sehr schön ist. Und mein erklärter Ziel ist, nochmal 5 Kilo runter, dass ich auf mein altes Kampfgebiet komme. Nächster Punkt dazu war, dass ich vor einem Jahr in meinem Lieblingsgebiet in der Tschechei, in dem düemischen Paradies, wollte ich unbedingt wie vor 40 Jahren wieder auf die Seinsteinhügel klettern und natürlich 40 Jahre nicht gemacht, nicht geübt. Ergebnis war, ich bin wieder aus der halben Wand, bin ich rausgeflogen, habe ich mir die Hand geprellt, die Schulter geprellt und, und, und. Gott sei Dank war ich natürlich eingeseilt und so. Das hat mich bewegt dazu, so viel Fitness zu machen, weil ich das immer noch wissen will, ob ich auf die Hügel klettern kann oder nicht. Heute nach zweieinhalb Monate Training und hier mit dem ganzen Abosystem zusammen, bin ich entstanden mit 61 Jahren, die Übungswände im Fitnessstudio zu klettern. Das ist ungefähr die komplette Erklärung, warum und weshalb. So, jetzt kommen wir zu den praktischen Erfahrungen, die ich mit Business Masterbox gemacht habe. Bevor ich damit anfange, muss ich vorab sagen, ich bin natürlich sehr breiogisch an die Sache reingegangen, ohne mir im Prinzip die Lernvideos, die Erklärungsvideos in den Abosystemen bei Netzwerkdienst.com gestellt hat. Ich dachte, ich kann das einfach nur so. Ich musste mir einfach einen besseren Belehren lassen. Das heißt, ich habe einen Monat umsonst gearbeitet, weil alles, was ich gemacht habe, war mehr oder weniger für die Katz, weil ich nicht die Grundlage hatte für diesen Business. Nachdem ich alles eingeschaut habe, habe ich alles durchgearbeitet und jetzt mit der Hilfe von Heikos Mitarbeitern, habe ich angefangen, richtig damit zu arbeiten. Und das Ergebnis ist nicht allzu lange auf sich warten. Ich habe binnen kurzer Zeit, habe ich dann auf Facebook über 1200 Klicks gehabt oder habe. Dann halt zwischendurch schon zwei Abosysteme abonniert und es geht so weiter. Also, ich zeige euch jetzt ein paar Videos, was ich gemacht habe. Ich will euch nicht zeigen, wie man mit den allen Programmen umgeht. Das solltet ihr euch mal anschauen in der Präsentation von Business Masterbox. Da ist alles der Reihe nach sehr gut und sehr verständlich gezeigt und erklärt. Das solltet ihr alle, die damit anfangen, machen, dass ihr nicht den Fehler macht, was ich einfach gemacht habe. Einfach ein oder eineinhalb Monate einfach umsonst zu arbeiten und keinen Erfolg zu haben. Ja, so, alles klar. Also, wir fangen an mit dem ersten Video. Die zentrale Anheit Ampad. So, jetzt zum eingetreten Kernstück von Business Masterbox. Und das ist die Ampad Verwaltung. Hier kann man praktische Kunden und Partner und alles verwalten. Ein- und ausgehende Geldrechnungen und so weiter und so fort. Die detaillierte Informationen kennt ihr wie immer wieder in eurem Abo-Mitgliedbereich in den Lernvideos zu Business Masterbox erhalten. Nur zu meiner kleinen Geschichte hier. Ich habe jetzt ungefähr nach zwei oder drei Wochen Arbeit, habe ich 1224 Klicks. Davon, die Anzahl entzielter Verkaufs sind zwei. Also, bei mir laufen schon die ersten zwei Abo-Mitglieds. Das ist natürlich nur möglich gewesen, weil ich am Anfang, wie gesagt, einige Fehler gemacht habe in dem Marketing. Und erst mit der Hilfe von den Mitarbeitern von Netzwerkverdien.com bin ich jetzt mal dahinter gekommen, wie das alles funktioniert. So, weiter zu Ampad. Da haben wir hier erstmal Überblick über ihre Kunden, die sich schon eingemeldet haben oder als Partner fungieren. Hier Überblick über die Partner und über die erzielte Tagesstatistik, Klick zu und so weiter und so fort. Hier haben wir Überblick über die Produkte und die komplette Verwaltung. Wie gesagt, das alles in der Lernvideo von Heiko Häusler und seinen Mitarbeitern. Was mir im Prinzip nur wichtig erscheint ist, wenn ihr auf den Reiter Partner klickt und Werbematerial und hier auf die neue Kampagne. Und dann halt Standard-Mitgliedschaft. Dann habt ihr hier unten die ganze Werbehilfsmittel, die ihr braucht. Wenn man hier sich durchklickt, sieht man, das sind ja hier halt verschiedene, verschiedene große Banner, die man sich dann in eigenen Webspace oder wie auch immer einbinden kann. Und hier am Schluss ist der Partner-Link. Und mit diesem Partner-Link könnt ihr euch in euer zum Beispiel Facebook-Account einbinden. Da erscheint automatisch halt das Logo und so weiter und so fort. Ich glaube, das wissen alle, wie das geht. Und würde ich sagen, das ist irgendwie so genug zum Ampat gesagt worden. Also wie gesagt, bei mir läuft das alles und ich bin damit sehr zufrieden. Und hier die ganze zentrale Steuerung von Ampat 3 ist übersichtlich. Und eigentlich bedarf kein großes, irgendwie Lehrgangs- oder Erklärung oder wie auch immer. Bis zum nächsten Video. Also jetzt sind wir zum Beispiel hier auf der Infoseite. Die Infoseite sollte man in WordPress ein bisschen bearbeiten. Zu WordPress selber werde ich nicht sagen, weil, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, die ganze Einstellungen und die Arbeitsweise, wie und was man alles damit machen kann, ist in den B&B-Kursen sehr gut erklärt. Also ich kann es auch nicht besser. Ich habe es nur von den Jungs gelernt. Also was man nur machen sollte, ist halt den Seiten eine persönliche Note zu geben. Zum Beispiel hier die ganze Headlines ein bisschen ändern und da zum Beispiel hier den Text ein bisschen ändern und so weiter und so fort. Da mal eigene Fotos einfügen und ja, dann sieht das praktisch so aus, dass das jeder selber gemacht hat. Und sieht nicht nach einfachem Druck von der Stange aus. Jetzt habe ich mich hier eingebeldet in den Netzwerken.com in meinem Abo-Bereich. Hier ist unten extra Business Masterbox Info und dann B&B-Kurs. Alles erklärt, was ihr eigentlich für Start in ihren oder euren Business Masterbox braucht. So, hier sind zusammengetragen alle wichtigsten Artikel, die man eigentlich wichtig jetzt mal durchlesen soll. Dann und volle Video zum Beispiel. In erster Video geht es zunächst um die Information, wie es alles ausgeliefert wird, wie alles funktioniert und so weiter und so fort. Und ja, dann ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man die Einstellung praktischer persönlicher Erfolg wird. So, weiter geht es hier mit praktischen Beispielen. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, das ist ja hier einmal alles zusammengefasst, was man hier machen soll. Also, es wird in jedem Video alles exakt erklärt und der Reihe nach, was man machen soll und man soll sich das wirklich alles eingucken, durcharbeiten und dann erstmal mit der eigenen Business Masterbox Geschichte ab die Menschheit losgehen. Vorher, nach meiner eigenen Erfahrung, hat das keinen Sinn. Ich bin oftmals breieugisch im Betrieb mit den paar Infos, die ich hatte und auf die Menschheit losgegangen und hatte ich natürlich am Anfang überhaupt keinen Erfolg. Und musste ich feststellen, dass ich wirklich alle Infos brauche, um erfolgreich zu werden. Also, meine Erfolge nur macht hier den Business Masterbox kurz einmal durch und dann erst auf die Menschheit. Okay, es geht zu weiteren Themen. So, ich möchte euch jetzt erstmal ein bisschen was zu Clip-Tipps sagen. Clip-Tipp ist in dem Moment der beste deutsche Autoresponder. Ich habe ja jetzt hier Überblick über meine Clip-Tipp-Eintragungen, Austragungen in den letzten Tagen. Und hier sehe ich zum Beispiel ab 28. Oktober haben sich sieben Leute eingetragen in meinen Newsletter. Und in den blauen sieht man, dass sich keiner ausgetragen hat, was sehr toll ist. So, ihr könnt hier im Prinzip die Empfehler filtern. Das heißt, man kann sich hier Verteiler raussuchen und runterscrollen. Und hier sieht man, welche Leute sich eingemeldet haben und welche Status die haben. Weiter, Newsletter, Eingang, Ausgang und so weiter und so fort. Das werde ich euch erwähnen. Guckt euch die Lernvideos von Mario Wolos an. Da ist alles sehr genau und sehr gut erklärt mit allen Tipps und Tricks, wie man mit Clip-Tipp arbeiten soll. Was noch vielleicht erwähnen wird, ist, Clip-Tipp hat selbstverständlich auch ein Partnerprogramm. Wenn ihr euch da als Partner einmeldet und bekommt ihr hier von Clip-Tipp zugewiesene Promotionnummer oder Adresse. Und könnt ihr für Clip-Tipp Promotion schalten und auch als Appelliert ein bisschen Geld verdienen. Unten immer Marketing-Code. Das gucken wir, muss gleich starten, wiedersehen. Herzlich Willkommen. Seht ihr alle Clip-Tipp Features hier in den Lernvideos erklärt. Ich werde euch mal raten, die sich alle einzugucken und die ganzen Geschichten durcharbeiten. Mario Wolos, der Clip-Tipp Inhaber, hat in allen Videos, alle Tipps und Tricks sehr gut erklärt. Also sehr empfehlungswert. Also das wäre zum Beispiel jetzt nur zum Clip-Tipp. So, jetzt sind wir auf meine Facebook-Seite gelandet. Das ist die offizielle Seite an solche. Und ich habe schon eine Fanpage eingelegt zu dem Thema Bach, Beine, Popper, respektive unter dem Namen Sexy Figur. Muss ich ehrlich dazu sagen, ich war nicht imstande, die Seite so zu programmieren, wie man das unbedingt braucht. Dankeschön an die Mitarbeiter von Heiko Häusler, die mir hier geholfen haben, die Seite zu programmieren. Und das im Prinzip als Landingpage zu deklarieren oder einrichten. Also, wir haben hier eine Willkommenseite programmiert. Das heißt, hier sehen wir die Codes von der Seite. Hier oben sehen wir die Codes praktisch für die sogenannten Nicht-Fans und hier unten für die sogenannten Fans. Was hat das hier für sich? Wenn ich mich jetzt hier eingucke und die Leute auf meine Seite Sexy Figur 906090 willkommen kommen, landen die erstmal auf der sogenannten Non-Fans-Page. Hier können wir uns das angucken, wie das aussieht. So, das ist hier der Non-Fans. So, jetzt wurde mein Video, mein Landingpage-Video hier eingebettet. Können die Leute anschauen. In dem Moment, wo sie dann auf Like-Button klicken, da passiert folgendes. Da werden sie geleitet auf die Fan-Seite, nachdem sie auf Like-Button geklickt haben. Und werden aufgefordert, sich im Prinzip den Bonus-Geschäft runterzuladen, respektive den Gratis-Report. Und dann geht das alles seinen eigenen Weg. Die Adresse landet bei Autoresponder. Und die Leute werden dann weiter mit den ganzen Informationen versorgt. Ja, das wird so im Grunde zum Facebook, wenn ich sage. So, nun sind wir am Ende von meiner Präsentation, Tipps oder wie auch immer ihr das nennen wollt, eingekommen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, trotz meiner schlechten Aussprache und vielleicht hier mal wieder schlechte deutsche Grammatik. Wie gesagt, ich bin kein gebetiger Deutscher. Ich bin in Tschechien geboren, lebe seit elf Jahren in Deutschland. Dass meine deutsche Aussprache nicht so gut ist, wie die deutsche sind, liegt vielleicht daran, dass ich lebenslang in Tonstudios gearbeitet habe mit Musikern, die meistens Englisch gesprochen, gesungen haben. Aber ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Gleichzeitig möchte ich mich nochmal bei den Mitarbeitern von Heiko Häusler bedanken, die mir geholfen haben im letzten Monat. Also mein Business Masterbox-Paket auf den Weg zu bringen und erfolgreich damit zu sein. Ich glaube, wir werden alle das nicht bereuen, dass wir diese Business Masterbox gekauft haben. Und ich hoffe, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen werden, obwohl wir die gleiche Nische vielleicht haben. Dass wir uns dann als Partner sehen, die dann ihre Erfahrungen, Gedanken oder wir auch hier austauschen, um praktisch immer mehr nach vorne zu kommen. Und so wie Heiko immer so schön sagt in seinen Tutorials oder Videos, Man muss nur nach vorne schauen und darauf arbeiten und es wäre dann. Einfach ein Video oder irgendein System im Web zu stellen und warten, dass keiner kommt. Dann kommt wirklich keiner. Alles klar. Tschüss. Eurer Jan Jamez. Untertitelung des ZDF für funk, 2017